Herzlich Willkommen zu Franconian & Western und wir werfen heute mal einen Blick in die Sustainer und L-Boxen mit den Einsätzen von MyFoam. Das Ganze war prinzipiell als ein erster Test gedacht und man sieht auch gleich, dass da noch Luft nach oben ist. Während Locks mit offenem Umlauf noch einigermaßen einfach aus dem Einsatz zu entnehmen sind, ist das bei Locks mit geschlossenem Lockkasten deutlich schwieriger. Hier braucht es auf jeden Fall Griffmulten. Der Einsatz basiert auf der Vorlage von MyFoam für den Einsätzen-Sustainer mit T-Lock und sitzt passgenau. Leider lässt sich die Höhe nicht variieren, sonst hätte man ja auch einfach oben einen Zentimeter Höhe wegnehmen können und damit wären die Locks auch sehr leicht zu entnehmen. Der Einsatz ist sehr sauber gefertigt. Die gefrästen Stellen entsprechen exakt dem, was man im Online-Editor angibt. Es gibt keine rauen Kanten am ganzen Einsatz. Im Schaumstoff sieht man etwas die Druckstellen der Räder. Zusammen mit dem Deckelpolster sitzen die Locks sehr fest im Einsatz und rutschen nicht hin und her. Ich würde mir die Einlage total gerne noch mal mit Griffmulten machen lassen, aber aktuell ist man bei den Preisen so dermaßen durch die Decke bei MyFoam, dass es schon nicht mehr schön ist. Die hier kamen glaube ich auf 45 Euro. Das ist verglichen mit anderen Schaumstoffprodukten vollkommen okay. Der Partner, der die damals aber produzierte, ist anscheinend nicht mehr mit an Bord bei MyFoam und so sind wir aktuell bei Preisen zwischen 90 und 330 Euro pro Einlage wohlgemerkt und ohne Versandkosten. Aber das ist noch gar nicht die Spitze des Eisberges. Meine Farben habe ich in L-Boxen. Die sind ein bisschen größer, aber es ist primär der fehlenden Höhenvariant bei den fest vorgegebenen Vorlagen bei MyFoam geschuldet. Die L-Box ist innen bis auf die zwei Einschnitte in der Mitte eine sehr viereckige Angelegenheit und so kann man sich den Einsatz relativ einfach mit variabler Höhe aus einer Vierecksvorlage von MyFoam machen. Theoretisch könnte man unter diesem Einsatz nochmal genau den gleichen packen und damit die Höhe in der L-Box optimal ausnutzen. Aktuell ist darunter ein Einsatz für Brennerdüsen. Der kostet circa 35 Euro direkt bei Sortimo und ich hatte den eigentlich geplant für die AK Interactive Airbrush Farben, aber die Einsätze sind um zwei Millimeter zu klein. Deshalb habe ich mir auch für die AK Interactive und Valecho Farben einen eigenen Einsatz gemacht. Der kam damals bei MyFoam auf circa 35 Euro. Die Preise sind damit also ziemlich marktnah gewesen. Möchte ich den gleichen Einsatz heute nochmal produzieren, müsste ich bei MyFoam direkt 1600 Euro dafür ausgeben. Ich habe keine Ahnung, ob da jemand die Löcher innen noch mit Gold ausschlägt oder so. Kleiner Hinweis noch zu diesem Einsatz. Die L-Box hat ja die beiden Einbuchtungen an der Seite und der Editor von MyFoam erlaubt es nicht wirklich bis ganz an den Rand zu arbeiten. Daher hatte ich hier nur eine Vertiefung vorgesehen und den Rest dann mit dem Messer selbst entfernt. Am Aufkleber unten dran sieht man noch, wie der Einsatz ursprünglich geliefert wurde. Ich bin sehr zufrieden mit den Einsätzen. Leider sind sie mit den Preisen, die MyFoam aktuell vor allem für Sustainer Einsätze will, unbestellbar geworden.